Was ist das Einzige, was dem Teufel gefährlich werden kann? Richtig, die Soundbox. Nicht nur ungewöhnlich geschrieben, sondern auch mit einem ungewöhnlichen Versprechen wirbt der Hersteller für sein Produkt. Die Soundbox 2. Die Soundbox 2 ist lauter. Deutlich möchte man das obendrein auch optisch machen und hat nicht nur den Slogan unterstrichen, sondern auch eine 11 an der Skala für die Lautstärkeregelung angebracht. Bis dato trug Teufels Rockstar mit 113 Dezibel die Krone der weltweit lautesten Bluetooth-Box. Aber Anwärter Soundbox kommt mit lauten Argumenten. Nur 43 x 66 x 32 cm misst der kleine Würfel und wiegt dabei nur 14,5 Kilo. Im Vergleich zum Konkurrenten ein ziemliches Fliegengewicht. Obendrein erinnert das Design sehr an robuste Flight Cases. Der Hersteller lädt quasi dazu ein, diesen Lautsprecher an alle Partyorte mitzunehmen, ohne Schäden befürchten zu müssen. In Sachen Schnittstellen ist die Soundbox 2 äußerst simpel gehalten. Allein Bluetooth und ein Klinkenstecker stehen Partyhungrigen zur Verfügung. Aber das reicht eigentlich auch aus, um Musik vom Smartphone zu hören. Schön wäre es hier jedoch gewesen, gleich einen USB-Anschluss zur Verfügung zu stellen. Denn dem Smartphone wird laut unseres Tests eher der Saft ausgehen, als diesem Lautstärke-Kraft-Protz. Zwar ist es nicht durch eine IP-Norm deklariert, doch sollen Wind und Regen der Boxen nichts anhaben können. Was aber neben der Kraft und der Beständigkeit mindestens genauso wichtig ist, der Klang. Die Soundbox 2 bietet zwei Modi. Indoor und Outdoor. Im Indoor-Modus klingt sie in den Höhen sehr detailreich. Die Mitten sind schön neutral, allein die Bässe könnten etwas präsenter sein. Im Outdoor-Modus hingegen sind diese dann äußerst präsent und satt. Obendrein ist dieser Modus um einige Dezibel lauter. Ein Akku für die Soundbox 2 schlägt zwar mit rund 150 Euro zu Buche, lässt sich aber innerhalb von nur drei Stunden komplett laden. Was eigentlich gar nicht nötig ist, da in unserem Test ein Akku ganze 74 Stunden und 35 Minuten durchhielt. Das bei erhöhter Zimmerlautstärke. Die versprochenen 100 Stunden des Herstellers erreichten wir zwar nicht, aber dennoch waren wir mehr als zufrieden mit der offiziell weltweit lautesten Bluetooth-Box.